Musik Endlich ist die Aufnahme bereit In einer neuen Folge von letzter Player Brickerfort Boah alter, ich wollte gerade sagen wie realistisch und wieder gleich aussieht wie in echten Quidditch aber ich hab schon mal auf der Map gespielt das ist die Quidditch Map von Hogwarts von wem ist die Map ich weiß gar nicht ja das sehen wir dann am Ende oder auch ja müssen das Spiel ne ich pack das nicht mehr an die Videobeschreibung mir zu viel Arbeit aber in der Videobeschreibung ist dann ganz wieder links zu Breakdown sehen wir ganz den Scheiß zum Beispiel Featuring Daryl und so ach ja Quidditch fällt ich hätte gut alle Zeit in Hogwarts ausgang Hogwarts bin Harry, Harry Potter ich mein Harry Potter oh Wingardium wie Divisosa es heißt Livisosa leu 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 jetzt schaust du ab, wa? da hab ich angeschossen he 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 alte Eisgeld du du drehst dich so um ich denk mir so was macht der da hey mir ist gar nicht auf die Spiele ich seh dich ich hatte die doch die ganze Zeit in der V2-Folge habe ich gesagt ich müsste die mal reinpacken mir fiel gar nicht auf dass ich die da drin hab tut mir leid aber es hat gesagt ich hab trotzdem den äh Drachenstaub da wahrscheinlich drin Boots so eure Justin Falle ich das neipen beibringt nein scheiße nein äh 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 premium noobs aber auch immer ja als gleiche dafür lohnt sich die Basuker eigentlich gar nicht ja Brunner war mein Rösser und die anderen sind ein bisschen Überzeugung äh 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 mir Problem mal heute ein paar Wachen, äh Waffen aus ja Bucchi 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 Uwe die Schauer ich probiere die Waffe auch gerade aus ich hab sie ja nicht auf ewig nur 14 Tage zu diesem Zeitpunkt wenn das Video hoch ist habe ich so bestimmt schon nicht mehr aber vielleicht nur vielleicht nur ja ja selber eh genau Arschen Kelle ständig auf einem Sprung die Waffe ist es überhaupt nicht die da braucht man so nah kommt für die Waffe der Lärme der Drehung ich will äh was heißt red ich um Alter ja um du musst wieder um äh äh ich nehme wieder die Tsunami Rama ich war wieder von einem geschossen ist Tsunami Rama auch noch die einzige Waffe die äh eine auf jeden Fall keine Sniper ist aber erzielen kann äh mit Oroga und Spider um in die denn es bei der kreuzierter anders denn und lange was er hätte ich schon wenn man mit dem drittlich um die schilderte die tun durch die stütten wenn ich als vor Kind verleugt er spielt noch nicht gepächt oder der ist ein stück in den Köln also es sei aber uns doch hat zwei Kuss dort zu werden Sorry, ich hab ja noch lange nicht mehr gezockt. Naja, die Map sieht was ähnlich aus. Ja, jetzt ist er auch zu spät, Gamers. Warte, der soll ich bei dir gleich spielen. Oh, Fette Kuh hat den Raum betreten. Das ist ein Spieler, hinter dir. Ja, zu spät, ne? Ich wollt grad sagen, wer weiß das immer. Ich... Die fette Kuh ist jetzt auch auf unserem... Ist ne lange Geschichte. Ist ne lange Geschichte. Der ist auf jeden Fall mit uns ein bisschen bekannt geworden. Ach, Mann. Wer hat aber ein bisschen komisch gebaut, du. Gehen wir mal ein bisschen rum. Ja, in Wirklichkeit sieht das nicht so bunt aus, das Feld. In Wirklichkeit sieht man da so ein bisschen mehr Holz, deswegen. Oh, Mann, will ich, will ich, will ich. Alter, dieser blöde Rückstoß, aber auch... Nein, der hat nix mehr. Ja, außer Prämium. Ja, du. Ja, du. Ja, der hat noch dieses hintere Ding bauen können, wo man... Wo Harry und, äh... In den Besen geflogen sind, dieser... Draco. Oh. Oh, Loll. Aber Loll. Ja, äh, die Kamera bringt's eigentlich nicht mehr so im Display, aber... Die Leute wollen das sehen und noch mehr Aufrufe, nur weil ich meine Hackfresse zeige, aber okay. Tch. Nice, Mr. Spiegel. Ich glaub' es nicht. Gott sei Dank hab' ich noch genug Heelies. Ain't they no clue? Nee. Nee. Nein. Ich muss das jetzt überdenken, du. Okay. Dann bist du jetzt völlig... Soll es, umso mehr Erfolgen kommen, umso vorproduzierter sind die, muss ich nur sagen. Und das könnt ihr nur realistisch sehen, wenn ihr das versteht. Jetzt ploppt mich einer. Äh, Mann! Bitte nicht! Ich mag dich mehr! Ich will nicht mehr! Köh. Köh. Sorry. Ha, Penis. Ja, wo sind die fetten Kinder? Ich seh' den gar nicht, Alter. Wie... Guck mal, wie... Wie der sich wie so'n kleiner Schlumpf da... Nee, Alter. Seh' ich das? Wer denn? Ja. Epic. Das war irgend so'n fettes Kind. Ich hab' den auf jeden Fall... Wer auch immer mich an anschießt. Äh, Mann! Ich will zu Q drücken. Ich will zu Q drücken. Ja! Münderin sieht man Spitzhacke Schwert und da unten ist ein Yoshi. Äh, da ist ein Yoshi. Heleneke... Heleneke, verpisst... Aber jetzt nicht. Mach' jetzt auch einen auf Loot. Alter, das ist voll geil mit der Waffe. Alter, das ist richtig geil. Man muss es nur so... Ach, Mann, Heleneke, ist das jetzt dein Ernst? Nee, ich kündige. Das ist geil, ne? Na, nee. Achtet einfach nicht auf eure Deckung. Ja, wie denn auch, wenn ich hier stile? Man, ey, ich musste nachladen. Da war jemand. Ja, da ist er, da ist er. Das war das... Das auch. Oh, genau, alle. Oh, nein, 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 nein. Das verzeih' ich dir nicht mehr. Das verzeih' ich dir nicht mehr. Das war ein Brickfot-Shot-Fot. Ja, Brickfotze. Das verzeih' ich dir nicht mehr. Aber das war... Ich schwör', ich hab' den so ins Knie geschossen und dann kommt da Brickshot. Aber wenn ich den so in den Kopf schießen würde, dann steht da auf einmal gar nichts. Es ist Brickfoss. Wo seid ihr? Ich schwör' euch trollen. Ich dachte, ich hätte da jemanden gegeben. Por... Porno, was? Trollen. 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 Hab' Porno verstanden. Nein, nein. Hau ab. Äh, ja, ähm. Das Geile ist, ich zieh' mich da vorne so selber in der Cam, ne? Guck, weißt du, da ist das die Spitzhacke, da ist das Schwert, da ist der Yoshi. Ich seh' das selber. Ich hab' da den zweiten PC. Da hab' den zweiten PC. Hey, Dave, darf ich dir ne Frage stellen? Ja, bitte. Wer trollt dich? Deine Oma. Da guckst du. Da guckst du. Hellenik guckst, miau. Ah, ich bin einfach Unterricht sprung. Flayny, du musst die Folge nennen, Hellenik Trollmodus. Ja, Hellenik kann, äh, eine Kamera nicht nachvollziehen in einer Folge. Mach mal Silber und das Play's mit ner Kamera, dann erkennst du das auch, wie scheiße das ist. Nein, du kommst hier nicht vorbei. Doch, doch. Doch, doch, doch. Ach, hinter dir, ne? Ich glaub, es geht los, ich hab' auf Zielen. Nein. Oha. Haha. 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 Wie schlecht, Alter. Warte, ne KD. Ah, ne positive KD. Du bist halt, Alter. So, Bewertung. Ah, von Dumbledore. Ey, den Dumbledore. Weißt du, von Dumbledore, weißt du, aber ich kenn' den. Ich hab' den schon mal getroffen. Schon öfter. Ne, ich hab' zum Beispiel hab' ich Dumbledore mal in der Hogwarts-Map getroffen. Äh, ich weiß jetzt nicht, müssen wir nicht das Playen. Schreib' einfach Crush, Alter. Und dann haben wir das. Okay, ich hab' das A vergessen aber. YOLO. Das war's von der heutigen Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Äh, schreibt in die Kommentare, wie ihr die Folge fandet. Und schreibt in die Kommentare, wie fett ihr seid. Und bewertet dieses Video da vorne irgendwo da. Äh, da. Da kann ich das alles bewerten. Und ähm, da, da oben in der Ecke könnt ihr X drücken, damit ihr mich nie wieder sehen müsst. Aber ihr könnt auch abonnieren, dann... Da hab' ich noch ein paar kleine Kinder am Hals. Von daher, macht das, wenn ihr Lust dazu habt. Ich verabschiede mich und tschüss. Ja. 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 Ja.